Am Wort ist Gernot Darmann von der FPÖ. Lassen Sie mich diesem einen Beitrag, der leider sehr kurz ausfallen muss aufgrund der Restredezeit, aber wir haben ja über eineinhalb Jahre jetzt auch im Ausschuss Zeit, uns näher mit der Thematik auseinanderzusetzen, damit beginnen, dass ich einen Satz zitiere, der auf der Decke des kleinen Wappensaales des Kärntner Landtages geschrieben ist, nämlich dort in lateinischen Worten. Wäre das dem Boris Filia, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, werte Kolleginnen und Kollegen, und anleitungsweise ist diese schreckliche und für den Steuerzahler sündteure Wahrheit bereits, insbesondere hinsichtlich der Notverstaatlichung, unter Anführungsstrich Notverstaatlichung, aber auch der Folgejahre nach der Verstaatlichung durch den Bericht der Christkommission auf der einen Seite, aber auch durch den in den Medien bereits veröffentlichten Rohbericht des Bundesreinungshofes dargelegt und verschriftlicht worden. Somit andeitungsweise ein Orientierungsplan, ein Fahrplan für den nunmehr eingesetzten und ab morgen mittels der Konstituierung zur Arbeit beginnenden Untersuchungsausschusses, der dort im Detail über Monate, über ein Jahr und eineinhalb Jahre, wenn es sein muss, hier entsprechend in die Tiefe gehen wird und im Sinne der Steuerzahler, das wurde heute schon mehrfach gesagt, insbesondere drei Themenfelder aufzuarbeiten. Zum einen wird es darum gehen, das Kontrollversagen des Bundes vor der benannten Verstaatlichung im Jahr 2009 entsprechend aufzuarbeiten. Zum zweiten, kurz gefasst, die Verstaatlichungsentscheidung und die Nutznieße aus dieser Verstaatlichungsentscheidung herauszuarbeiten. Zum dritten, die bewusste, ich sage einmal bewusste Arbeitsverweigerung und Entscheidungsverweigerung dieser Bundesregierung nach der Verstaatlichung in den Folgejahren nach der Verstaatlichung dingfest zu machen, um hier auch herauszuarbeiten, welche Motivationslage hat dazu geführt, dass erst nach der Verstaatlichung durchs Nichtstun noch ein Milliardenschaden für den Steuerzahler entstanden ist, und wenn wir all diese Punkte betrachten, dann ist das nur deswegen möglich und diese Gelegenheit möchte ich hier und heute nutzen, um noch einmal der Bevölkerung Dank zu sagen, denn sie war es mit über 200.000 Unterschriften, die es ermöglicht hat, die Verweigerung in über 20 Abstimmungen hier im Nationalrat, in den Untersuchungsausschuss einsetzen, nämlich die Verweigerung seitens SPÖ und ÖVP, diesen Untersuchungsausschuss arbeiten zu lassen, doch in den Gang zu bringen. Nein, die Regierung durch Unterschriften der Bevölkerung mit den Rücken zur Wand zu stellen, eine Reform der Untersuchungsausschussverfahrensordnung in den Gang zu bringen und schließlich nunmehr auch in den Untersuchungsausschuss HYPO zu haben. Im ureigensten Interesse auch der Bevölkerung, nämlich zu guter Letzt neben der Aufklärung der Vergangenheit, vor allem die Schlüsse für die Zukunft herauszuziehen. Denn das wurde hier heute mehrfach gesagt und das ist auch von unserer Seite zu unterstreichen, ein solcher Schaden darf nicht noch einmal passieren. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.